zeigen, wie wollte ich eigentlich vom Tierheim Whisky! Sag mal Wauwau! Hey, ich bin's Vanni und von mir wird es heute mal wieder einen Vlog geben. Heute ist der zweite Elfte und ich bin gerade von der Berufsschule gekommen. Ich hatte nur vier Stunden und ich muss nicht in den Betrieb. Deswegen dachte ich mir, ich werde heute ein bisschen vloggen und ein bisschen Videos abdrehen. Ihr hört es wahrscheinlich schon. Das ist unser Hund. Ich zeige ihn euch gleich auch nochmal und wie ihr wahrscheinlich auch schon im Titel irgendwie gelesen habt. Ja, ich habe zwei neue Wellensittiche gekauft oder geholt und das werde ich euch gleich auch nochmal zeigen. Die wollte ich eigentlich vom Tierheim... Whisky! Ich wollte eigentlich zwei Wellensittiche aus dem Tierheim holen. Das hat aber nicht so funktioniert. Das werde ich euch gleich alles erzählen. Was ist los? Was möchtest du mir erzählen? Hm? Was ist? Was ist denn? Hm? Was möchtest du? Ja, ja, ja. Also Whisky ist unser kleiner Hund. Er ist ein Bolonka-Svet, ne? Und ja. Ein kleiner Puschel. Hm? Was ist los? Puschel. Uff. Puschel. Puschel. Freust du dich, dass jemand hier ist? Hm? Jo. Sag mal Wauwau. Puschel. Sag mal, wow, wow. Wenn ihr in der neuen Verlosung teilgenommen habt, dann könnt ihr das auch gerne mal tun. Ich verlinke euch das Video mal oben. Und zwar verlose ich zwei solcher Glowboxen. Da sind ganz viele Beautyprodukte drin. Und falls ihr da mitmachen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Diese Tasche nehme ich immer mit zur Berufsschule und auch zur Arbeit. Ich habe vorher meinen Rucksack mitgenommen. Jetzt habe ich mich aber für eine Tasche entschieden. Das ist eine Tasche von meiner Schwester. Ich weiß gar nicht, woher die ist. Ich schätze mal irgendwie H&M. Und die finde ich echt extrem cool. Also die benutze ich voll gerne. Ja, willst du immer noch rum? Ja, willst du immer noch rum? Oh, danke. Ja, wo ist Mami? Hm? Meine Mama hat mir gerade noch einen Muffin mitgebracht. Yummy. Ich zeige euch mal mein Outfit of the day. Ich habe einfach ein ganz normales T-Shirt an. Das ist von Pimki. Und meine Hose ist von H&M. Irgendwie so eine High-Waist-Hose. Die habe ich ganz neu. Zeige ich euch aber auch noch in einem Haul. Für Whisky haben wir übrigens auch extra so eine Hundetreppe, damit er bei uns aufs Sofa kann. Fände ich extrem süß. Ne? Was sagen sie dazu? Finden sie das auch süß? Hm? Findest du das auch süß? Hast du einen kleinen Wackelarsch? Hm? Tschüss! So, ich habe gerade jetzt erstmal meine Nudeln gegessen. Und jetzt kommen wir nochmal zum Thema Wellis. Und zwar werde ich euch das jetzt mal kurz erzählen. Wie ihr wahrscheinlich wisst, habe ich einen neuen Wellenzittichkäfig. Einen ganz, ganz großen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das auch mal hier oben. Und ja, ich habe eine kleine Vogelvilla gekauft. Auf jeden Fall dachte ich mir, da ich ja schon zwei Wellis habe und viel Platz habe, würde ich gerne noch zwei dazu kaufen. Und ich habe mich letztendlich halt für das Tierheim entschieden, weil ich dachte, okay, du kannst den Tieren da helfen. Und deswegen sind wir zum Tierheim gefahren nach Hamburg. Also es nennt sich irgendwie Tierschutzverein Hamburg. Da sind wir dann hingefahren. Ich habe vorher angerufen extra noch und gefragt, ja, wie ist das? Gibt es irgendwelche Vorschriften, die man einhalten muss? Da meinte sie, nein, ich muss nur Fotos von meiner Haltung machen, also vom Käfig und Bescheid sagen, welches Alter meine Wellensittiche haben und halt noch so ein paar andere Sachen. Habe ich halt alles beantwortet. Ich habe auch Fotos gemacht und mitgebracht. Wir sind dann erstmal zwei Stunden lang nach Hamburg gefahren, weil wir zwischenzeitlich auch noch im Stau standen und das war alles ziemlich stressig. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwann im Tierheim angekommen und dann habe ich dem, der halt in diesem Kleintierzentrum war, habe ich das halt erzählt, dass ich vorher extra angerufen hatte und dann habe ich mir die Wellis halt einmal kurz angeschaut. Die waren in so einer Voliere, die aber ziemlich weit in der Ecke stand, deswegen konnte ich die gar nicht richtig erkennen. Die hatten circa 20 bis 30 Wellensittiche und ich wollte mich halt gerne für zwei entscheiden, die ich dann halt gerne mitnehmen würde. Und dann bin ich halt nochmal zu dem Typen da hingegangen. Okay, da fliegt schon ein Vogel. Und dann meinte er aber zu mir, also nachdem ich ihm die Fotos von dem Käfig gezeigt hätte, dass der zu klein ist. Also für zwei Wellensittiche ist der Käfig okay, aber für vier wäre er zu klein. Und ja, er könnte mir keine Wellensittiche mitgeben. Und selbst wenn er mir zwei mitgeben würde, dann würden die trotzdem irgendwie nicht mir gehören, sondern dem Tierheim. Also das läuft dann wohl so ab, wenn ich jetzt zwei mitgenommen hätte aus dem Tierheim, dann würde irgendwie öfters ein Mitarbeiter von dem Tierheim zu mir nach Hause kommen und sich die Wellensittiche irgendwie angucken oder so, ob ich das richtig mache. Ja, irgendwie so. Und er meinte auch, wenn man zum Beispiel lüftet, man muss ja öfters durchlüften, weil die Luft nach der Zeit ja auch noch schlecht wird hier im Zimmer, meinte er, dass ich das nicht garantieren könnte, dass die Wellensittiche dann draußen sind oder in dem Käfig sind und wie lange die im Käfig sind. Und dann meinte ich, nee, klar, kann ich nicht garantieren. Wie soll ich das garantieren? Ich kann keine Webcam in meinem Zimmer aufstellen und dann alles mitfilmen oder so. Also irgendwie war das ein bisschen komisch. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Mitarbeiter irgendwie unfreundlich war. Das auf gar keinen Fall. Ich finde auch, dass man weiterhin probieren sollte, Tiere aus dem Tierheim zu holen. Nur gibt es da sehr ziemlich krasse Aufschriften oder Auflagen, die man so einhalten muss. Und das ging halt bei mir nicht. Da habt ihr gerade Stewie gesehen. Und der kleine Neue ist auch mitgeflogen. Also ich erzähle mal kurz weiter. Und zwar war ich ein bisschen sauer, weil ich halt keine bekommen hatte. Und wir haben extrem viel bezahlt, überhaupt nach Hamburg hinzukommen. Es war so, dass ich dann trotzdem zwei Wellensittiche unbedingt mit nach Hause nehmen wollte, weil ich, wie gesagt, einen großen Käfig habe. Und die beiden oder die vier sind sowieso den ganzen Tag draußen. Und dann habe ich mich dafür entschieden, dass wir zum Futterhaus fahren. Und da sind wir dann auch hingefahren. Ja, da habe ich zwei Wellensittiche gefunden. Und die habe ich mitgenommen. Ich werde euch die gleich einmal zeigen. Es ist hoffentlich ein Männchen und ein Weibchen. Wir wissen es natürlich nicht genau, weil, wie ihr wahrscheinlich auch schon wisst, wenn ihr das Video überhaupt schaut, kennt ihr euch bestimmt damit aus, wenn die Wellensittiche ein bisschen jünger sind, dann kann man immer nicht gleich sehen, ob es ein Männchen oder ein Weibchen ist. Aber wir konnten halt so ein bisschen nach Gefühl gehen. Und die im Futterhaus hat uns eigentlich auch ganz gut beraten, finde ich. Und wir haben jetzt einen blauen Wellensittich mit einem weißen Kopf mitgenommen. Das sollte, wenn es nachher so ist, ein Männchen sein. Und dann haben wir noch ein Weibchen mitgenommen, wenn sie nachher ein Weibchen ist. Und zwar ist sie türkis mit einem gelben Kopf. Malte hat sich das Weibchen ausgesucht und ich habe mir das Männchen ausgesucht. Und ja, ich werde euch die beiden einfach mal zeigen. Die beiden sind ungefähr 10 bis 12 Wochen alt und sind mega aktiv. Also die können perfekt fliegen, viel besser als Wäldschel zum Beispiel. Also die sind wirklich mega aktiv. Jetzt seht ihr sie gleich. Da eben habt ihr den neuen Vogel schon gesehen. Stewie ist ja der grüne Vogel, der ist ja schon länger hier. Und der blaue ist ein neuer Kandidat. Ich zeige euch die beiden einfach mal und ja, viel Spaß. Das hier ist ja der Käfig und hier vorne sieht man schon mal Stewie. Und da oben seht ihr schon mal den neuen. Das soll das Männchen sein. Er ist einfach ganz normal blau und hat oben einen weißen Kopf. Er fliegt die ganze Zeit hier rum und ist wirklich so, so süß. Und er macht schon wieder alles kaputt, was er finden kann. Das ist wirklich zu niedlich. Und da hinten durchs Gitter, ich zeige sie euch gleich nochmal näher, seht ihr schon mal das Weibchen. Sie ist zirkis und hat, wie gesagt, einen gelben Kopf. Und er ist die ganze Zeit nur am Quatsch machen und kaputt machen und rumfliegen und nur am Tütteln. Die ganze Zeit. Okay, hier oben seht ihr jetzt das Männchen. Ich habe mal versucht, ein bisschen ranzuzoomen. Ich hoffe, ihr könnt alles erkennen. Ich stehe nämlich etwas weiter weg. Hier seht ihr das Weibchen dann einmal. Sie ist noch ein bisschen schüchtern und der kleine Mann ist eigentlich gar nicht mehr schüchtern. Der ist die ganze Zeit am Rumspringen und am Quatschen. Ihr könnt uns gerne mal Ideen für Namen in die Kommentare schreiben. Männliche und weibliche Namen. Wir sind uns nämlich noch nicht sicher. Wir haben schon eine Idee für den kleinen Mann da oben. Aber fürs Weibchen haben wir noch gar keine Idee. Und falls ihr tolle Namen wisst oder kennt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Und vielleicht nehmen wir ja euren Namen. Ja, da hört ihr das schon mal. Da kann man sie noch mal ein bisschen besser erkennen. Oh, da scheint jemand müde zu sein. Da auf dem Seil sitzt auch noch mal Stewie und putzt sich die ganze Zeit. Und da oben sitzt Rachel dann. Nicht wundern, dass dahinter ist kein echter Vogel. Das ist so ein Küken. So eine Statur von Obi. Die habe ich mal gekauft. Also nicht, dass ihr euch vielleicht wundert. Und da kommt sie auch schon. Total süß. Wir haben letztens auch noch Wellensittich-Kekse gemacht. Die sehen so aus. Das geht wirklich völlig einfach. Es gibt ganz viele verschiedene Rezepte im Internet. Diese sind auch ohne Honig. Also die haben wir nur mit dem ganz normalen Körnerfutter gemacht, was sie haben. Diese Basismischung von Körnerbude und mit einem Ei. Dann hat man das so zusammengemischt. Dann wurden sie in den Backofen gepackt. Und so sieht das Ganze dann fertig aus. Das Männchen kann man auch schon mit den Wellikeksen füttern. Also der kommt schon zu mir, wenn ich ihm das so gebe. Aber das Weibchen hat immer noch ein bisschen Angst. Da hinten seht ihr sie nochmal. Sie sieht wirklich türkis aus. Also sie sieht wirklich so aus, als wäre sie irgendwie in so einen Farbtopf gefallen. Am Käfig hat sich, glaube ich, nicht viel geändert. Ich habe ja vorher schon einen Vlog hochgeladen. Da haben wir ja die Platte zusammen reingemacht. Dieses Spielzeug hatten wir zusammen reingemacht. Und ich glaube, das Teil, das ist aber schon wieder runtergefallen. Also ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Weil die halten nicht. Das ist ja jetzt dieses Größere davon. Aber das hält nicht. Und das eine Spielzeug, diese Pinata da unten, die haben sie auch schon wieder runtergeschmissen. Die hingen eigentlich hier oben. Aber die habt ihr runtergeschmissen. Das war es eigentlich auch schon mit meinem Vlog. Denn ich wollte jetzt noch ein paar andere Videos für euch vordrehen. Deswegen würde ich sagen, ich beende den Vlog schon mal. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt die mir gerne in die Kommentare. Was ich auch noch so sagen kann, dass das bei mir so ist. Ich finde, dass vier Wellensittiche leiser sind als zwei. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber wenn Rachel und Stewie alleine sind, dann ist es meistens so, dass Rachel die ganze Zeit am Schreien ist. Und jetzt, wo die anderen beiden hier sind, ist es ruhiger geworden. Ich weiß nicht, ob das bei anderen auch so ist. Aber bei mir ist es so, dass die vier zusammen leiser sind als die anderen beiden alleine. Finde ich extrem cool. Und er ist fast auf die Kamera geflogen. Er ist so süß. Ich habe die Wellies übrigens natürlich erst nach ein paar Tagen zusammen in den großen Käfig zusammengetan. Die waren vorher in dem kleinen Käfig von den beiden. Dann konnten sie sich halt so ein bisschen beschnuppern. Und erst nach einigen Tagen habe ich sie zu den anderen rüber gesetzt. Beziehungsweise sie sind rüber geflogen und dann in den Käfig reingegangen. Und ja, sie verstehen sich echt gut. Also es ist im Moment immer noch so, dass Rachel und Stewie ein bisschen Angst haben. Also wenn die Kleinen näher kommen, dann gehen Rachel und Stewie weg. Ich weiß nicht, worin das liegt. Ich schätze mal einfach, sie haben noch ein bisschen Angst oder wollen erst ein bisschen beobachten. Aber ansonsten verstehen sie sich echt super. Sie quatschen zusammen, aber sie spielen halt noch nicht so richtig zusammen. Jetzt hängt der kleine Vogel am Spielzeug. Das ist echt niedlich. Hast du Spaß, kleiner Mann? Rachel beobachtet ihn auch. So süß. Ja, wie gesagt, das war es auch schon mit meinem kleinen Vlog. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!